Heute habe ich mir wieder Hilfe geholt von meinem alten Freund Baba Nautilus, weil alleine haben wir das einfach nicht mehr gepackt. Ach, leck mich doch! Du kannst wieder durchs Haus rennen und den Abend die ganze Zeit rennen. Ja, ist okay. Den habe ich in zwei Sekunden eh wieder vergessen. Ich habe gerade was gehört. Hinter uns. Okay, tschau. Ah, sie hat ins Buch geschrieben. Sie hat ins Buch geschrieben. Ja, ich komme mit mit der UV-Lampe. UV, nicht EV. Oh, ich hasse die UV-Lampe, ich hasse die UV-Lampe. Ja, aber nur nicht mit V, mit B Leute, mit B. Wie viel Temperatur? Minus. Minus, das ist ein Hinweis. Digger, das ist ein Hinweis. Wie benutze ich das Salz? Äh, der hat... Ja, ich hab... Fuck! Der war da! Der war da hinten im... Donnerweit! Komm spielen! Leck mich! Leck mich! Das machst du allein das Spiel. Donnerweit! Donnerweit! Zeig dich! Ja, aber wenn wir ihn hierher locken, den Geist, dann sollte er doch auch das Salz laufen, oder? Mach die Tür zu! Oh Mann, Leute! Ist er wieder da? Kannst du aufmachen? Ja! Ja, dankeschön! Oh mein Gott! Ich hab gemeint, ich sterb! Ich hab gemeint, ich verreck jetzt! Alter, leg mich am Arsch! Scheiß Dämonen, Alter! Die sind so aggressiv, Leute! Die sind so aggressiv! Ich hab hier durch das Fenster zugeguckt! Oh Gott! Diggi! Hier durch das Fenster habe ich zugeguckt! Alter! Das ist jetzt nicht dein Ernst, du Arschloch! Du kleines Arschloch! Du dummes Arschloch! Du dummes Arschloch! Du dummes Arschloch! Wenigstens renne ich nicht davon, Alter! Der war grad eingesperrt! Was haben wir denn eigentlich noch? Wir sollten eigentlich noch durch Salz wandern und das scheiß Waschbecken! Aber fuck it, Alter! Ich hab nicht so viel Geld! Ich bin letztes Mal gestorben! Wir sollten das abziehen! Gut! Das ist die Mission super vollbracht, Leute! Ich würde sagen! So! Ich sag mal gleich bereit! Dann können wir anfangen! Oh Gott! Oh Gott! Ich sollte vielleicht einfach die Kamera ein Ding umstellen! Okay, jetzt hat die Kamera komplett ihren Fokus verloren! Nice! Ich bin super stolz! Highschool! Highschool! Highschool Musikl! Highschool of the Dead! Highschool DXD! Egal! Der Geist heißt David Garcia! Wahrscheinlich Spanier oder so! Ich würde sagen, dass wir immer gleich starten von den Altheims her! Ja ne! Wir brauchen unterschiedliche! Weil sonst macht's doch gar keinen Sinn! Kann man uns noch stärken! Dass wir nicht mehr die gleichen Gegenstände zusammen starten, sondern so wie wir die vorige Runde gestartet haben! Ist okay! 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 Alles! Nur nicht schreien! Weiß wie ich mein! Ja! Bitte! Was hat das geschehen? Weil ich... Kamerastra! Nein! 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 Ich gehe! Ich gehe! Ich habe gleich die Kamera mitgenommen, dass man sich gleich aufstellen kann, sobald wir den Raum haben! Nach innen, Samantha! Nach innen! Nach innen! Das Haus... Flo ist erschreckender als der Geist! Oh, wo bist du jetzt hin? Sorry, ich hatte gerade Lack! Wo bist du hin? Warte! Ich glaube schon! Creepy Lack, Leute! Creepy Lack! Das geht nur wenn du Richtung Puppe guckst, ne? Ein wenig schwierig! Was reagiert? Der IMF-Reader hat doch gerade reagiert! Was? Nein! Was hat da geradezu gepiepst? Nicht der IMF-Reader! Er hat schon gespäncht, da Leute! Jetzt wird es richtig lustig! Langsam wirst du paranoid! Je länger das Spiel spielst, umso paranoid wirst du! Ich habe gerade einen Schritt gehört! Hier ist der Stuhl umgefallen! Warte! Oh mein Gott! Ich habe gerade gemeint, der wäre gerade an der Tür hochgrabbelt! Aber egal! So, die hat mir gerade ins Ohr geatmet, Alter! Ich bin raus! Mal Feierabend! Ciao! Soll ich dich nicht so einscheißen! Wir haben schon unter 85% Sanity gemacht! Auf jeden Fall ein geistig sensibler Geist! Wow! Okay, das ist schon creepy, Leute! Das ist schon creepy! Wir gehen wieder! Ich habe mich hier, dass du eine... Kurfe! Also genau auf der Treppe eigentlich habe ich unter 10 Grad! Ey, du klingst bei mir ein wenig Stimmen verzerrt! Wo? Wo hast du unter 10 Grad? Wo, wo, wo? Auf der Treppe! Du, ich geh, Alter! Talk Bugs! Oh, ich will mit! Ich will mit! Nicht lecken! Nicht lecken! Ich will mit! Was? Ich will mit! Ich will mit... Ich will nicht locker! Ich sterbe bloß alleine! Ja, und der Geist hat so wie... Ich seh ihn, ich seh ihn! Hier unten ist er, hier unten ist er! Hier mal einen Gang, hier mal einen Gang! Oh mein Gott! Der ist immer nur hier! Ich darf ihn nicht anschauen, glaub ich! Ich darf ihn nicht anschauen! Er ist weg! Er ist weg, er ist weg! Oh mein Gott, okay, er stand genau! Er ist da, er ist da, er ist da! Er ist da, er ist da, er ist da, er ist da! Er ist da! Oh! Oh, der hat die Tür zugemacht! Er hat die Tür zugemacht! Er hat die Tür zugemacht! Er hat die Tür zugemacht! Flo! Komm her, du Bitch! Oh mein Gott! Flo, hör auf damit! Hör auf damit! Hör auf damit! Du, das... Ich war das nicht, ich war das nicht ohne Witz! Oh Mann! Der ist da auf der Treppe, das ist ein Treppengeist, Digga! Das Alladin, der Treppengeist! Ich mach das Licht hier aus! Äh, wir haben einen Fingerabdruck! Wir haben einen Fingerabdruck auf... Wir können nur... Jetzt hat er das Licht angemacht! Er ist auf... Das war ein Hund! Hallo, Eckengeist! Wie geht's dir? Das Licht bleibt aus, sonst gibt es Schellen, mein Freund! Bitch-Ghost hier! Black Hawk Down! Wie hat die Kaisentona Gracie... Gra... Gracia, oder wie? John... John... Gracia! Warte, ich guck noch mal... David Garcia! Ah... David Garcia! Emoto loco! David Garcia! Bist du da? Bist du da? Oba... 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 Ich glaub das ist der größte Schreckmoment in dem ganzen Spiel... David Garcia, bist du da? 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 David Garcia! Deine Mutter ist so dumm, wenn sie einen rauchen will rauchen... Talkbox! 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 Das war Talkbox! David Garcia, willst du mich verarschen? Wie fett bist du? Oh! Er hat reingeschrieben! Er hat reingeschrieben! Raus! Raus! Passt! Die! 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 Wir müssen es nur... Wir müssen es nur fotografieren! Halt! Ach jetzt, du dummes Ding! HELLGOTT! Ich schwöre ich fick dieses Buch! So, es ist ein Spirit! Wir haben ein Spirit! Yeeeey! 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 So! Und 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 und! Wir haben unsere Arbeit gut gemacht! Wir haben zwar keinen Knochenbeweis! Und Reuerstippchen hatten wir auch nicht, weil wir kein Feuerzeug hatten! Aber, hey! So! Servus, Leute! Willkommen bei mir! Arnrage! Und einer weiteren Folge! Wir haben hier Phasmophobia mit meinem alten Kumpel Baba Nautilus! Wie ihr seht! Also, ich habe so die kleine Vermutung, dass er selber im Geist ist! So wie er ausschaut! Kann ich mich eigentlich zu dir in den Wandschrank zählen? Oh ja, komm! Jetzt sind wir zu zweit im Wandschrank! Oh ja! Bück dich! Bück dich, du Stück! Oh ja! Ich kann mich nicht mehr überlegen, Alter! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Bereit, bereit zum Abkassieren! Hä? Bin ja bereit, Digga! Bin ja bereit! Ich bin ja bereit! Du da! Äh! IMF3! Hier hinten beim Eck! Hier draußen an der Kamera! Hier hinten IMF3! Ja, er hat ins Buch geschrieben! Er hat ins Buch! Er hat ins Buch! Er hat ins Buch geschrieben! Er hat schon ins Buch geschrieben, Digga! Und der kommt nicht immer! Der kommt nur ab und zu! Ich hoffe nicht, dass die weiße Wand jetzt diesen Geisterorb... Äh! Digga! Hast du das gerade gesehen? Ich... Da ist der Orb! Ich hab den Orb gesehen! Passt! Unten am Eck! Ist so easy, ey! Wir müssen noch ein Foto von ihm machen! Ja, viel Spaß! Das ist ein Arschloch! Wir müssen nur noch ein Foto von ihm machen! Mehr nicht! Und dann sind wir vollends durch! Dann haben wir alles gemacht! Ja, komm! Ja, natürlich machen wir das jetzt! Schlippi aus! Wir machen Fotos! Spreiz deine Beine! Zeig die Fotze! Lass dich gehen! Manifestiere deinen manifesten Dötel! Und zeig dich uns! Boah, der haucht mir bestimmt gleich wieder ins Ohr! Ich haß gleich! Alter, wenn die Kackpuppe jetzt... Nur weil du sie geschmissen hast! Ich schwörte! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Zeig dich uns! Wie geht es dir? Hast du Genitalherpes? Störts dich, wenn ich das Licht an und ausmach? Tod leben! Tod leben! Tod leben! Tod leben! Ah, das stimmt! Leben! Tod! Leben! 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 Tod! Steve Smith, zeig dich du Feigling! Feigling! Haben Bild! Haben Bild! Haben Bild! Wir gehen! Wir gehen! Ich habe Angst! Gut! Wir sind eigentlich fertig! Dann machen wir die Kiste zu hier!